unser nordic cruising segment ist speziell für jene gemacht die die klassische technik bevorzugen und nach guter unterstützung in sachen sicherem abstoß und einfachen handling beim runterfahren kurven treten und abbremsen suchen all diese modelle sind mit der efficient forward technologie ausgestattet dabei sind die spitze ski ende und auch die steigzone sehr flexibel aufgebaut und genau das macht das lang laufen zu einem sehr einfachen genussvollen erlebnis wenn man seine ersten schritte auf schnee macht oder noch auf der suche nach der richtigen technik ist zudem werden diese ski in einer kürzeren länge gewählt wodurch das steuern der skier vereinfacht wird easy einsteigen loslaufen und genießen neben und vor mir die unterschiedlichen modelle der apollo ist der breiteste in dieser linie und ist mit einem air channel holzkern ausgestattet die premium crown steighilfe sorgt für perfekten grip und sehr gute skikontrolle der cruiser bietet den gleichen side cut verfügt allerdings über einen leichteren holzkern zudem hat dieses modell schon unsere vario crown steighilfe integriert die zum einen für sicheren grip und zum anderen für sehr gleichmäßiges und etwas schnelleres gleiten sorgt auf dem gleichen ausstattungslevel bieten wir mit dem mystic auch eine damenversion an die im speziellen über einen nochmals kürzeren längensplit verfügt diejenigen die es trotz sicherem händlichen noch etwas flotter angehen wollen sollten einen genaueren blick auf das topmodel orbiter und das gleichwertige damenmodell inspire werfen der air core baserleitkern macht den ski sehr leicht und in verbindung mit dem schmäleren side cut steigern sich hier die gleiteigenschaften und natürlich darf ein feldski in dieser kategorie nicht fehlen der twin skin cruiser verfügt pro ski über zwei separate feldstreifen einer etwas versetzten position diese sorgen für sicheren grip und für sehr gutes und vor allem gleichmäßiges gleiten bei allen schneebedingungen technisch ist dieses modell gleich ausgestattet wie der zuvor präsentierte cruiser vergiss nicht darauf deine felle regelmäßig zu reinigen und zu wachsen dann wirst du sehr lange sehr viel freude mit einem fischer ski haben und eines was für alle diese modelle gilt die fischer turn emic bindung kann auf unterschiedliche positionen voreingestellt werden damit kann man die gleit und steigeigenschaften an seine persönlichen bedürfnisse anpassen viel freude mit deinem fischer cruising ski